ich noch mal zu den level als tv tipps und erfahrungsberichten heute wieder ich habe ja schon seit zwei tagen gespielt mit meinen augen das habt ihr vielleicht mitbekommen und wunderbare sache ich habe heute morgen tatsächlich nach zwei tagen einfach nur mit den city und auf die augen und ins gesicht auch noch einfach level body wie immer heute morgen schon ein ganz neues ergebnis ich versuche ich trinere mir schon länger die brille ab und heute war es relativ leicht weil wenn ich die brille abnehmen habe ich jetzt schon nicht mehr als es geht schneller dass sich das auge sozusagen ein bisschen einstellt darauf vor hat ganz lang gedauert ist es war noch so verschwommen alles und so aber jetzt ist es schon so dass es viel schneller viel klarer ist nach zwei tagen ich kann nur sagen was ist und ich gucke mal wie es weitergeht und werde euch natürlich wieder informieren ich bin auch ohne brille dann gelaufen heute morgen und habe sie auch jetzt erst drauf getan und kann dann auch einfach besser wenn ich sie dann noch auf habe und ich sitze ja auch noch zwischen der lesebrille und der hier weil ich mir keine gleitsicht brille gegeben habe um das auge nicht ganz still zu legen und finde das jetzt ganz fantastisch dass das ich jetzt schon klarer gucken kann als noch gestern oder vorgestern das ist wirklich sehr erstaunlich ja ich bin gespannt wie es weitergeht aber viel spaß und erzähl auch du vielleicht hast du es auch probiert und wie sind deine erfahrungsberichte natürlich denkt immer dran das ist meine story dass kein mensch ist gleich deswegen will ich einfach nur zum besten geben hey okay bei mir hat es jetzt so funktioniert es muss natürlich keinen fall bei jemand anders ist es sicherlich anders oder manchmal geht es vielleicht noch schneller keine ahnung ich will es einfach mal gesagt haben was möglich ist und ja das habe ich jetzt alles liebe viel spaß mit produkten und ja guten weitblick